Bei iLaser sind alle Laserbehandlungen Wellenfront optimiert oder Wellenfront geführt. Dies heißt, dass wir nicht nur Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Warnertverkrümmungen korrigieren, sondern den gesamthaften Fehler des Auges messen und anschließend auch korrigieren können. Diese speziellen Ablationsprofile gewährleisten vor allem bei schlechten Lichtbedingungen ein deutlich besseres Sehen als bei herkömmlichen Profilen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, bei iLaser anzurufen. Unser Team kann Ihnen viele Fragen beantworten und Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Termin behilflich sein. Ich freue mich darauf, Sie bei iLaser begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, Sie bei iLaser ein, oder? Ich freue mich, Sie bei iLaser zum Inhaltshaus. Ich freue mich, Sie bei iLaser ist gut, denn ich habe es nicht gut ist. Und ich freue mich, Sie bei iLaser am Ende Infobox kein Warnertverkrümmungen war. Ich freue mich, Sie bei Ihnen, bei iLaser, weil ich sie mit den Verkündigen ein